Das war meine Chance. Oder auch nicht. Ja, ja. Ist das alles, was Sie zu bieten haben? Einen kleinen Popcorn-Verkäufer, der ist noch zwei Schritten aufs Maulhaut? Wir haben noch zwei Monate bis zum Final Class. Also lasst euch bei der Schnee was einfallen. Oder wir treten euch in den Arsch. Was du gehört? Popcorn.